Parivritti Virasana ist die drehende Heldenstellung. Setze dich auf die Fersen oder auch zwischen die Fersen und dann drehe dich nach links. Du kannst dabei die linke Hand auf den Boden geben, entweder Fingerspitze oder du kannst auch den linken Arm hinter den Rücken geben, Handrücken vielleicht sogar zum Bauch hin. Die rechte Hand kannst du links neben Knie oder Oberschenkel geben, um dich so nach links zu drehen. Parivritti Virasana gibt es sitzend auf den Fersen und es gibt es sitzend zwischen die Fersen und Raffaela zeigt es auch nochmal, wie du zwischen den Fersen sitzen kannst. All diese Parivritti Virasana, auch genannt Parivritti Vajrasana Variationen, helfen eine gute Rückenflexibilität zu bekommen.